Also am Anfang haben uns alle sehr gefreut darüber und nachher sind wir alle im Klassenraum zusammen gesessen. Dann hat die Lehrerin gefragt, wer mitmachen möchtet und wir haben uns gleich frei gemeldet. Also bei uns ist dann der Musiklehrer gekommen mit einem Film und zwar The West Side Story. Den haben wir uns dann angeschaut und danach hat er uns gefragt, an was uns der Film erinnert. In der Film geht es darum, dass da auch zwei verfeindete Gruppen sind, also die Jets und die Sharks. Maria gehört zu den Sharks und Toni zu den Jets und die haben sie vorher noch nie gesehen. Und auch am Ball vernehmen sie sich dann halt ineinander und sie treffen sehr heimlich, weil die Gruppen halt sehr stark verfeindet sind. Vor Weihnachten haben wir unser erstes Treffen mit den Studenten gehabt und wir haben die Geschichte Romy und Julia nochmal durchgemacht, wurden dann in Gruppen eingeteilt und haben jede Gruppe eine Szene von Romy und Julia gespielt. Letzte Woche haben wir den nächsten Werkzeug gehabt und da haben wir begonnen, unser Lied zu schreiben. Und da haben wir dann verschiedene Wörter für die Todesszene gesucht und damit haben wir dann Sätze gebildet. Die Nachricht des Todes zerschmettert mein Herz. Die Nachricht des Todes, die Nachricht des Todes zerschmettert mein Herz. So tief sitzt der Schock und so groß ist der Schmerz. Jetzt wird das. Jetzt kommt das. Das dann geht's besser. Jetzt kommt das besser. Jetzt kommt das besser. Jetzt kommt das besser aus. Also die Sätze haben wir dann in Strophen und in Refrain aufgeteilt. Und damit müssen wir dann ein Lied schreiben. Und wie machst du das, dass es schmettert mein Herz? Tiefst ist der Schock, bloß ist der Schmerz. Ja, dann kommt auch meine große Liebe, mein Licht der Welt, wie mir vom Tod genommen. Heute haben wir dann nochmal die erste Strophe wiederholt und dann haben wir die vier anderen Strophen gebildet und haben mit denen dann auch noch eine Melodien erfinden müssen. Die Nachricht des Todes zerschmettert mein Herz. Tiefst ist der Schock, bloß ist der Schmerz. Ich habe es mir eigentlich von negativ vorgeschrieben, als es eigentlich ist. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch schon auf den Auftritt und so. Ich habe auch gedacht, dass es nicht so cool wird, dass wir jetzt etwas vorgeschrieben kriegen und das müssen wir machen, aber jetzt können wir ganzes Lied überschreiben und auf der Bühne dann auch selber vorführen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!